Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 Squad of the First Sin Weiter geht's Ich hab 109.000 Ich geh mal zum Drachenhorst Ja Ich fehle noch ein paar von denen Ich weiß jetzt nicht, ob ihr von diesen einen Teilen die Sachen hier sind Wie heißen diese? Geht's jetzt nicht da nicht? Geht's jetzt nicht da nicht ein Geht's jetzt hier Schöne Geht's jetzt nicht da nicht? Ja Hat das mich erschreckt, dieses Vieh. Was hält die aus? Die hält ja ganz schön viel aus. Danke für das Menschenbild. So. 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 Die werden nicht nerven. Auch der ist von der anderen Etage. Dass ihr da oben seid, das seh ich doch von Weitem schon. Haha! Also wie mache ich das jetzt? Der Drache da könnte nerven. Ich will aber die. Nein! Na toll! Wow! Am besten ich mach erstmal den Drachen. Ich mach erstmal den Drachen weg und dann mach ich noch einen einzelnen. So! So! Ihr seid ja nicht nur so gefährlich wie die Boss-Version. Und der ähm... N-Heil-Slum-Turm. So gefährlich seid ihr nicht. Ich hab mir das Gefühl, dass der N-Heil-Slum-Turm am gefährlichsten ist. Au! Eilung! Nimm das! Oh oh! Ah! Au! Hahaha! Netter Versuch! Böder Flügel! Nein! Der war fast tot! Er war fast tot! Fast! Ein bisschen mehr Schado! Einen Schlag mehr! Mordeu! Hier muss ich leider ein Ei kaputt machen. Und die anderen mache ich da mit. So, das ist eine gute Taktik, um die da loszuwerden. Wurde immer wieder in die Menschlichkeit. Ich sehe deinen Kopf. Eigentlich in die Schorle. Ich weiß nicht, ob im Nest einer war. Na! Ja! 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 Eigentlich ist das weg. Und was schade wäre, wenn das eine Glitzerantina nicht wäre. So. Also, die geben 700 pro Stück. Diese Eierscheinen sind einfach im Weg. Ach, da steht er! Ja! 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 Ja, das Teil ist weg. Nee, nee, nee. Versuch, mich doch mit deinem Shot zu erwischen, ne? Ich muss mal ein bisschen Ausdauer wieder generieren. Ja, das ist weg. Ja, das ist weg. Au. Fangen, Quartzen, plus zwei. Und du hast dann die ganzen Eier kaputt gemacht. Seelen des tapferen Kriegers, okay. Okay. So viel hat Drachenknochen, aber ich brauche einen Glitzerstintanit. Wovon ich nur einen hab. All die, das Festung will ich auch nochmal durchsuchen. So, hier lang. Ach ja. Diese beiden Typen waren ja auch noch da. Und da oben sind auch noch mehr. Ja. 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 ist dieser Seite durch eine Sache wichtig. Diesen einen Typen da. Backstab. Brossil, der Drachenknochen. Na. Danke für das Glitter-Dinanit. Ei, 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 ei. Niki, ich werde einschlagen. Angebserde Welle. Was soll das für ein Tännchen sein? Ja, er ist schon die Hälfte des Lebens weg. So. So. Ja, das habe ich jetzt genutzt, um mich zu heilen. Ja. Und das war es mit ihm. Feuerorkan. Verdammt. Na, das Ding darf ich jetzt normal alles durchrunden. Muss ich sowieso. Gehstein. Gehstein. Hier ist doch noch irgendwo ein ein. Ich höre noch ein. Von wo kommst du? Ich muss mein Schwert gerade reparieren. Oh, mein Anderer. Au. Oh, mein Anderer. Ja. 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 Ja, geh nur weg mit dem Fuß. Ja. Heilung. So. Nimm das zu Wache. Okay, das geht schneller als gedacht. Ja. 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 Feuer Tragenstein Da gibt es dich dann nicht Juhu Bring jetzt bösen irgendwas plus eins Oder Welch Aldias Festung Überhaupt Wie viele habe ich jetzt? Nein Vier Ja Das hat jetzt echt lange gedauert Länger als gedacht Ich darf sowieso noch eine zweite Runde machen Aber ich rechte erstmal nochmal Juhla Ich glaube so langsam habe ich etwas für ein Ich werde erstmal die Sachen dann Verstärken Nein Das war's für heute. I'll be around, if you make it. Mir fehlt noch ein paar. Willst du Titanit? Das hebt... Naja. Auf jeden Fall werde ich das hier anziehen, wenn ich gegen den Antikdrachen kämpfe. Ja. Wie viele Seelen brauche ich? Ich glaube nur ungefähr 4000. Das müsste reichen. Verstärken. Nur was? Leben? Ja. 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 Die Feuerabwehr wird auch um einen erhöht werden. Aber die Feuerabwehr müssen auf Leben. Denn das Leben habe ich ja bis jetzt ein bisschen vernachlässigt. Ich habe nur noch eine Zimt Vitalität. Die meisten haben immer über 30 oder 40. Ich habe 19. Aber ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.